Liebe Freunde der germanischen Heilkunde von Dr. Med, Magister der Theologie, Röke Gerd Hamer, liebe aufwachende Zuschauer, man unterstellt Dr. Hamer bis heute, dass er ein Sektenguru, Wunderheiler, Antisemit und Scharlatan gewesen sein soll. Solche und ähnliche Apostrophierungen geistern immer wieder durch die Medien. Die letzte mir bekannte Hetz-Sendung über seine Entdeckung wurde in den GEZ-Zwangsmedien am 5. März dieses Jahres ausgestrahlt. Man hat versucht, die Zuschauer davon zu überzeugen, dass die Lehre von Dr. Hamer absolut unwissenschaftlich und völlig unsinnig sein soll. Aus diesem Grund möchte ich euch, verehrte Zuschauer, in meinem Video all das präsentieren, was diese GEZ-Zwangsmedien in ihren Hetz-Sendungen gegen Dr. Hamer nie erwähnen. 1981 Dr. Hamer reicht seine Arbeit als Habilitationsschrift zwecks genauer Überprüfung an der Universität Tübingen ein. Die Universität weigert sich, die Überprüfung vorzunehmen und lehnt die Arbeit unter mysteriösen Umständen ab. Die Chefs aller deutschen Krankenkassen beschließen auf einer Sonderkonferenz, dass nichts, aber auch gar nichts, was danach aussieht, dass sich ein Patient nach der germanischen Heilkunde behandeln lässt, von den Krankenkassen bezahlt wird. 1983 Dr. Hamer gibt seine Entdeckung in der ARD bekannt. Dr. Hamer versucht, Krankenhäuser für seine Patienten zu eröffnen. Mehrmals werden sie aufgrund des Zusammenspiels von Behörden, Gerichten, Presse- und Krebshilfe geschlossen. Die Patienten werden durch die Polizei auf die Straße gesetzt. Briefe von Patienten an Behörden zwecks Überprüfung bleiben ergebnislos, ohne Antwort oder werden mit dem Vermerk »Empfänger unbekannt« zurückgeschickt. Dr. Hamer wird von Interpol überwacht. Nur Boulevardblätter berichten sporadisch über Dr. Hamer, meistens mit einer unwissenschaftlichen Gegendarstellung eines Professors, die aber nur polemische Hetze ist. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen verurteilt die Universität Tübingen zur Fortsetzung des Habilitationsverfahrens. Diese missachtet das Gerichtsurteil und verweigert die Überprüfung der germanischen Heilkunde bis heute. Prof. Hanno Beck, Professor für Geschichte der Naturwissenschaften, dessen Frau eben an einer traditionellen Krebstherapie gestorben war, lernt die germanische Heilkunde kennen und versteht, was das für eine Bedeutung hat. Um dies bekannt zu machen, veranstaltet er eine wissenschaftliche Diskussion über die Arbeiten von Dr. Hamer an der Universität Bonn, wo er selbst seit 25 Jahren lehrte. Obwohl der Rektor der Universität anfänglich selbstverständlich eingewilligt hat, verweigert er aber Dr. Hamer den Zutritt zur Universität. Nach dem Angebot, in dieser Konferenz selbst mitzudiskutieren, antwortete der Rektor, ich will nicht diskutieren. Auch ein von Prof. Beck eingeschaltetes Gericht gab ihm kein Recht. Dr. Hamer wird von einem Gericht Berufsverbot erteilt wegen Nichtabschwörens der eisernen Regel des Krebs und sich nichtbekehrens zur Schulmedizin, ohne jemals widerlegt worden zu sein. 1988 In Wien wird die eiserne Regel des Krebs an sieben Patienten von dem Universitätsprofessor Dr. Birkmeier und Dr. Med. Elisabeth Rotzküdal unter Aufsicht von fünf weiteren Ärzten überprüft. Das Ergebnis ergab eine hundertprozentige Übereinstimmung mit der Behauptung Dr. Hamers. 14 Tage später fand Dr. Birkmeier die Inneneinrichtung seines Privathauses zerstört. Hier der Beweis in Form einer Abbildung dieser Überprüfungsurkunde. Sie sehen schwarz auf weiß, dass diese Überprüfungskonferenz tatsächlich stattgefunden hat. Sie können auch gerne dieses Dokument im Standbild in aller Ruhe studieren. 1989 In einer Ärztekonferenz in München wurde von 16 Ärzten eine Überprüfung der eisernen Regel des Krebs an siebenundzwanzig Patienten vorgenommen, die Dr. Hamer vorher nicht gekannt hat. Ergebnis hundertprozentige Übereinstimmung in allen Fällen Hier die am 6. März 1989 notariell beglaubigte Abschrift von dieser Konferenz mit Unterschriften und Stempeln aller beteiligten Ärzte. Wer es gerne möchte, der kann auch diese Urkunde im Standbild überprüfen. Mehrfache versuche, Dr. Hamer in eine psychiatrische Anstalt zu locken und einzusperren. Motiv Er leide unter Paranoia und Verfolgungswahn Eine Anfrage eines Revisionsverfahrens wird abgelehnt mit der Begründung Dr. Hamer weigere sich, sich einem psychiatrischen Gutachter zu stellen. 1990 Gründung des Zentrums für germanische Heilkunde in Österreich, Burgau In Namur wird in einer Ärztekonferenz die eiserne Regel des Krebs unter Aufsicht von 17 Ärzten an sechs Patienten überprüft, die Dr. Hamer unbekannt waren. Ergebnis 100%ige Übereinstimmung Krebspatienten Krebspatienten, die bei Dr. Hamer Rat gesucht haben, werden von der Polizei gegen ihren Willen in ihre Wohnung vernommen, um Dr. Hamer Patientenberatung nachzuweisen und ihn dann mit einem unwiderruflichen Verbot zu praktizieren, zu verurteilen. Dr. Hamer lässt sich in Belgien von einer Fachärztin für Psychiatrie an der Universität Louvain psychiatrisch untersuchen. Sie stellt fest, seine Ausführungen sind folgerichtig logisch und wenn er eine andere Diagnostik und eine andere Behandlung beansprucht, so begründet er dies auf Analysen und entwicklungsgeschichtlich fundierten Untersuchungen, die nach den Grundbegriffen der Schulmedizin hergeleitet sind. Ich kann bei ihm keinerlei Symptome einer Paranoia feststellen. Eingabe mit allen Unterlagen von Dr. Hamer an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments in Luxemburg? Keine Antwort. Ärztekonferenz mit Überprüfung von 20 Patienten in Gegenwart von 30 Ärzten aus verschiedenen Ländern in Burgau. Hundertprozentige Übereinstimmung mit der Eisernen Regel des Krebs. 1992. Im Auftrag von Dr. Pfitzer der Medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf untersuchen Prof. Dr. Stemann, Chefarzt der Kinderklinik Gelsenkirchen und Frau Dr. Elke Müllpfort, Amtsärztin, 24 Krebskranke, von denen jeder, nebst Krebs und Leukämie, wenigstens vier bis fünf weitere schwere Erkrankungen wie MS, Diabetes, Allergie, Epilepsie, Hirntumor, Infektionskrankheit, Tuberkulose, Sarcom aufwies, zwecks Überprüfung der Eisernen Regel des Krebs. Ergebnis, wir fanden ausnahmslos bei allen 24 Fällen, bei denen meist mehrere Erkrankungen bestanden, dass die biologischen Gesetzmäßigkeiten der germanischen Heilkunde jeweils für jede Teilerkrankung exakt erfüllt waren und zwar auf allen drei Ebenen. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach der strengen wissenschaftlichen Überprüfung auf Reproduzierbarkeit die Gesetzmäßigkeiten der germanischen Heilkunde richtig sind, muss nunmehr als sehr hoch angesetzt werden. Keine Reaktion der Universität Düsseldorf. Der Beweis, dass die Bestätigung der Richtigkeit der Eisernen Regel des Krebs beim Dekan der Universität Düsseldorf eingegangen ist, liegt hier vor. Oben im Bild sehen Sie auch das Datum, wann es genau geschah. Ein Jahr später wird Prof. Dr. Stemann aufgefordert, nicht mehr psychisch zu arbeiten. Er bekommt für seine Abteilung einen Kinderpsychiater zugeteilt. 1993. Dr. Willibald Stangel, Amtsarzt, Präsident der Amtsärzte Niederösterreich, überprüft persönlich im Anschluss an einen Prozess, in dem er wegen Nichtbeachtens der Eisernen Regel des Krebs von einem Patienten angeklagt worden war, an 250 Fällen die eiserne Regel des Krebs. Ergebnis? 100%ige Übereinstimmung. Daraufhin schreibt er an die Universität Wien. Als Vorsitzender unserer wissenschaftlichen Gesellschaft ersuche ich Sie, sehr geehrter Herr Dekan, der Sache von der Universität aus nachzugehen und die eiserne Regel des Krebs überprüfen zu lassen. Reaktion? 14 Tage lang wurde Familie Stangel telefonisch terrorisiert. Dann wurde Dr. Stangel vor das Amtsgericht gerufen und es wurde ihm drängend nahegelegt, seine Anfrage zurückzuziehen. Andernfalls müsse man ihm die Approbation entziehen. Dr. Stangel zog seinen Brief zurück. Daraufhin schickten Dr. Hamer und eine Reihe von Patienten Briefe an den österreichischen Bundeskanzler. Antwort keine. Presse still. Bundespräsident Klestiel verspricht, für eine Überprüfung zu sorgen. Hier der gesamte Wortlaut des Briefs von Dr. Willibald Stangel, der im Dachverband der Amtsärzte Österreichs sehr wohl bekannt ist. Natürlich tut man heute so, als ob es diesen Brief nie gegeben hätte. Und hier die offizielle Bestätigung der Richtigkeit der Eisernen Regel des Krebs von Dr. Hamer, die Dr. Willibald Stangel unterschrieb und dem Dachverband der Amtsärzte Österreichs am 27. Januar 1993 zukommen ließ. In Frankreich werden am gleichen Tag circa 1000 von Dr. Hamer ausgebildete Ärzte, die schon seit mehreren Jahren erfolgreich nach seinen Grundsätzen Patienten behandelten, zur jeweiligen Ärztekammer gerufen und vor die Wahl gestellt, entweder zu unterschreiben, dass sie der germanischen Heilkunde abschwören und wieder nach der Schulmedizin zu praktizieren oder ihre Approbation zu verlieren. 1994 1994 Die Universität Tübingen wird vom Verwaltungsgericht Mannheim dazu verurteilt, die Arbeiten von Dr. Hamer endlich zu überprüfen. Die Habilitationsschrift wurde vor 13 Jahren eingereicht. Die Universität erklärt, die Habilitationsschrift wäre zu alt und verjährt. Dr. Hamer schreibt sie neu. Die Universität nennt zwei Gutachter. März Am Tag der Ärztekonferenz zwecks Überprüfung stehen acht Patienten und Dr. Hamer vor verschlossenen Türen. Prof. Dr. Klippel, einer der Gutachter, war in dringender Angelegenheit kurzfristig abgereist. Juni Der Dekan der Universität erklärt, dass es nicht in der Habilitationsordnung vorgesehen sei, die angegebenen Sachverhalte experimentell zu verifizieren oder falsifizieren. Auf welche Basis werden dann Professoren ernannt, wenn die eingereichten Arbeiten nicht überprüft werden? September Vier belgische Ärzte werden vor das Amtsgericht gerufen, um sich wegen ihrer Arbeit im Sinne Dr. Hamers zu verantworten. Zwei davon am Tag einer Konferenz über die germanische Heilkunde. Der Fall Olivia erregt internationales Aufsehen. Bei der sechsjährigen Olivia Pilhar wurde von Ärzten im Mai 1995 Wilmstumor diagnostiziert. Die Eltern lehnten die von der Schulmedizin vorgeschlagene Chemotherapie ab und wandten sich an Dr. Hamer. Sie mussten aus Österreich fliehen, da ihnen die Entziehung des Sorgerechts drohte. Obwohl ihnen von den Behörden versprochen worden war, im Falle einer Rückkehr keine medizinische Maßnahme an Olivia ohne die Einwilligung der Eltern durchzuführen, wurde Olivia dann gegen den erklärten Willen der Eltern zwangsbehandelt und bekam Chemotherapie. Sie hat überlebt, leidet aber noch an den Nebenwirkungen der Chemotherapie. Die Presse schlachtete diesen Fall regelrecht im Sinne der Schulmedizin aus. Dr. Hamer wird in fast allen Berichten als Scharlatan bezeichnet. Die Eltern werden als verantwortungslos hingestellt. Die germanische Heilkunde wird oft nicht einmal erwähnt, geschweige denn erklärt. Die Eltern wurden im November 1996 zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Sie bleiben jedoch standhaft und verbreiten weiter ihre Meinung über die Richtigkeit der germanischen Heilkunde. 1997 Mai Verhaftung von Dr. Hamer wegen angeblicher Fluchtgefahr. Es werden ihm Verstöße gegen das Heilpraktikagesetz zu Last gelegt. Wissen Sie, wer dieses Heilpraktikagesetz einführte? Es war Adolf Hitler. Aufgabe dieses Gesetzes war es und ist bis heute, jegliche Konkurrenz zur Schulmedizin sofort im Keim zu ersticken. September Verurteilung von Dr. Hamer zu unbedingter Haft von 17 Monaten Dr. Hamer legt dagegen Berufung ein. Ebenso die Staatsanwaltschaft, die Dr. Hamer für 24 Monate hinter Gitter bringen möchte. Ob die germanische Heilkunde dem Patienten Schaden oder Nutzen bringen kann, wurde wie erwartet bei diesem Prozess wieder nicht überprüft. September Verurteilung der Eltern von Olivia zur bedingten Haftstrafe von 8 Monaten auf eine Bewährung von 3 Jahren. Auch bei diesem Prozess wurde eine Überprüfung der germanischen Heilkunde seitens der Gerichte gemieden. 8. und 9. September 1998 Amtliche Verifikation der germanischen Heilkunde an der Universität Trnava Am 8. September und 9. September 1998 wurden am Onkologischen Institut Heilige Elisabeth in Bratislava und an der Onkologischen Abteilung des Krankenhauses in Trnava 7 Patientenfälle mit insgesamt mehr als 20 einzelnen Erkrankungen in Gegenwart des Prorektors der Universität Trnava des Dekans der Fakultät für Pflegewesen und Sozialwesen der Universität Trnava und insgesamt 10 Dozenten und Professoren untersucht. Ärztliche Protokolle von diesen Fällen, die durch Dr. Hamer gemacht wurden, sind in der Beilage. Es sollte festgestellt werden, ob nach naturwissenschaftlichen Regeln der Reproduzierbarkeitsprüfung die Verifikation seines Systems festgestellt werden konnte. Dies war der Fall. Von den jeweils etwa 100 Fakten, die man bei jeder Einzelerkrankung nach den Regeln der germanischen Heilkunde abfragen kann, konnten zwar in Ermangelung vollständiger Untersuchungsbefunde nicht alle Fakten abgefragt werden, aber die abgefragten Fakten zeigten, dass alle Naturgesetze der germanischen Heilkunde erfüllt waren. Die Untergezeichneten nehmen deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit als gesichert an, dass seine Präsentation in zwei Überprüfungskonferenzen bewies sein System mit größter Wahrscheinlichkeit. Wir schätzen sehr hoch das menschliche, ethische und geduldige Engagement Dr. Hamers und seinen neuen ganzheitlichen Zutritt zum Patienten. Nach Berücksichtigung aller dieser Faktoren haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Frage der möglichst baldigen Anwendung der neuen Medizin dringend weiterverfolgt werden sollte. So sieht die Abbildung der originalen Urkunde von dieser Überprüfungskonferenz. Sie können sie gerne im Standbild überprüfen und sich davon überzeugen, dass das, was ich gerade vorgelesen habe, der Wahrheit entspricht. In diesem Zusammenhang hat Dr. Hamer am 11. September 1998 diese folgende Erklärung verfasst. Erklärung zur Bestätigung der Universität Trnava über die erfolgte Verifikation der neuen Medizin vom 11. September 1998. Seit dem 11. September 1998 ist die am 8. und 9. September erfolgte Verifikation der neuen Medizin amtlich von der Universität Trnava bestätigt. Unterschrieben haben dieses Dokument der Prorektor, Mathematiker, der Dekan, Onkologe und der Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission, Professor für Psychiatrie. Deshalb ist auch an der Kompetenz der Unterzeichneten wohl kein Zweifel möglich. Die Universitäten in Westeuropa, vor allem die Universität Tübingen, haben sich seit 17 Jahren strikt geweigert, eine solche angebotene naturwissenschaftliche Überprüfung durchzuführen. Obwohl in den vergangenen Jahren schon viele Ärzte die Verifikation dieser Naturgesetze der neuen Medizin in 26 öffentlichen Überprüfungskonferenzen durchgeführt haben, bei denen auch stets alle Fälle exakt gestimmt haben, wurden diese Dokumente sogar notariell Beglaubigte nicht anerkannt. Immer und überall wurde argumentiert, solange diese Überprüfung nicht durch eine Universität amtlich durchgeführt sei, zähle sie nicht, und solange dies nicht geschehen sei, sei die Schulmedizin anerkannt. Die neue Medizin, die aus fünf biologischen Naturgesetzen ohne zusätzliche Hypothesen besteht und für Mensch, Tier und Pflanze gleichermaßen gilt, ist so klar und logisch kohärent, dass man sie leicht, wie man sieht, redlich und gewissenhaft schon immer am nächstbesten Fall hätte überprüfen können und natürlich überprüfen müssen, wenn man nur gewollt hätte. Rufmord, Medienkampagnen und Medienhetze oder Berufsverbot sowie diverse Attentatsversuche und angedrohte Zwangspsychiatrisierungen wegen Realitätsverlusts bis hin zur Inhaftierung wegen dreimal unentgeltlichen Informierens über die neue Medizin – dafür habe ich über ein Jahr im Gefängnis gesessen – ersetzen nicht wissenschaftliche Argumente, um einen wissenschaftlichen Gegner zu widerlegen. War nicht die Erkenntnisunterdrückung, wie man jetzt erkennen kann, nur Ausdruck blanker Gewalt, um Macht und Besitzstände der alten Medizin aufrecht zu erhalten? Die neue Medizin ist die Medizin der Zukunft. Ihre weitere Verhinderung macht das Verbrechen an der Menschheit täglich noch größer. In offiziellen Statistiken, wie der des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg, ist immer wieder nachzulesen, dass von den schulmedizinisch mit Chemo behandelten Patienten nach fünf Jahren nur noch ganz wenige am Leben sind. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt musste demgegenüber zugeben, dass von den bei der Hausdurchsuchung des Zentrums für neue Medizin in Burgau beschlagnahmten 6500 Patientenadressen, davon die meisten Patienten an fortgeschrittenem Krebs erkrankt, auch nach vier bis fünf Jahren noch über 6000 am Leben waren, über 90%. Nun ist die Forderung, Überprüfung durch eine Universität erfüllt. Jetzt haben die Patienten ein Recht darauf, dass das grausigste und schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte endlich beendet wird und dass alle gleichermaßen die Chance erhalten, offiziell nach den fünf biologischen Naturgesetzen der neuen Medizin gesund zu werden. Dazu rufe ich alle redlichen Menschen auf und bitte sie um ihre Mithilfe. Dr. 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 Merik von der Ben Gurion Universität, Mitglied der israelischen Regierung und Kinderarzt, veröffentlichte am 15. Januar 2005 im der Scientific World Journal einen Artikel, in dem er zugab, dass die beiden ersten von Dr. Hamer entdeckten Naturgesetze, nämlich die psychosomatische eiserne Regel des Krebs, das erste biologische Naturgesetz, und das Prinzip der Umkehrung der Pathogenese in Salutogenese, das zweite biologische Naturgesetz, in der heutigen Ganzheitsmedizin als anerkannt gelten. Mit dieser Aussage bestätigte Prof. Merik indirekt eine Schlussfolgerung, dass die anderen drei biologischen Naturgesetze der germanischen Heilkunde, die aus den ersten zwei abgeleitet wurden, logischerweise auch richtig sein müssen. Da man offensichtlich die Richtigkeit dieser bahnbrechenden Entdeckung nicht sofort in ihrem ganzen Umfang zugeben wollte, verwendete Prof. Merik in seinen Kommentaren bezüglich der anderen drei Naturgesetze von Dr. Hamer solche Ausdrücke wie »Kaum als richtig zu betrachten, wahrscheinlich falsch« und »Wir haben keine Erkenntnisse gefunden, die dieses Gesetz bestätigen.« So sieht dieses Journal aus. Sie können gerne nach ihm im Internet recherchieren. Sie werden feststellen, dass die ersten und wichtigsten zwei biologischen Naturgesetze der germanischen Heilkunde von Dr. Hamer in Israel tatsächlich geprüft und anerkannt sind. Wer den Text auf Deutsch lesen möchte, hier ist die Übersetzung. Damit sind wir am Ende meines Videos angekommen. Wie Sie erfahren konnten, sind Menschen, die die germanische Heilkunde verbreiten, weder Antisemiten, noch rechtsradikal, noch gehören sie irgendeiner Sekte an. Wir setzen uns dafür ein, dass die Entdeckung von Dr. Hamer, sprich die germanische Heilkunde, für alle Menschen der Erde endlich legalisiert wird. Wenn auch ihr, liebe Zuschauer, ähnlich wie unsere germanischen Vorfahren es einst taten, im Einklang mit unserem biologischen Verhaltenscode leben wollt, dann helft beim Aufbau eines solchen Lebensraums mit, indem ihr zum Beispiel die germanische Heilkunde im Original verbreitet. Zusammen sind wir stark, getrennt werden wir scheitern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!